Es war wirklich extrem cool, da so spielen zu können und dann noch gewinnen. Das ist einfach eines der schönsten Gefühle. Dass wir das hier machen und kennen, das ist schon sensationell. Das ist jetzt total Top 3 der Welt. Die zu biegen, da muss man echt gut spielen. Das haben wir heute gemacht und wir sind stolz. Eine Stimmung, da bebt das Stadion. Du spürst jede Zelle im Körper, du kriegst Gänse aus. Das will man nicht versamen, weder als Spieler noch als zu sehr. Bis zum nächsten Mal.